Hey Freunde, Jugga hier. Falls es von euch noch niemand mitbekommen hat, morgen startet der 10 Stunden lang Skirsky Erhören-Stream, der von 10 bis 20 Uhr gehen wird. Ich bin, wie schon bei dem Domtanzo-Stream, wirklich auf jeden einzelnen von euch angewiesen. Wie auch schon bei dem Domtanzo-Stream wäre die beste Unterstützung, wenn ihr den Stream einfach nebenbei laufen lasst, denn niemand wird sich geben, wie irgendein Typ sich 10 Stunden lang Skirsky anhören wird. Trotzdem würde es mich ultra freuen, wenn ihr ab und zu reinschaut, ein bisschen was schreibt, denn ich glaube, das werde ich auch brauchen von meinem Mentalen her. Denn ich werde, wie schon im Domtanzo-Stream, immer auf den Chat eingehen und auf meinem Hauptbildschirm die ganze Zeit den Song offen lassen. Das heißt, wir werden auch nicht irgendwie Mario Kart oder Geometrie-Dash spielen, sondern auch wirklich nur den Song anhören. Ein paar Leute fragen mich wieder, wie ich in diese Sache reingekommen bin und das war, wie auch davor schon, einfach nur ein Kommentar. Ich hoffe natürlich auch, dass ich keine Probleme haben werde, wenn ich mir 10 Stunden lang den Song anhöre. Ich glaube, jetzt habe ich alle Infos darüber gegeben und nochmal, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr den Stream morgen nebenbei laufen lasst. Das würde mir wirklich alles bedeuten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ein besonderes Danke an die ganzen Kanalmitglieder, darunter Haze, Tuffy und Obito. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank.